Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Banisher's Ghost of Eden. Das war meine Uhr, die habe ich mal weggelegt. Letzte Folge sollten wir hier zum Schulhaus. Ich habe ja noch nicht so viele. Dann wollen wir mal gucken. Wir sollen hier Red treffen. Schulgebäude von New Edentown entdeckt. Gibt es wieder Sachen zu sehen? Nein. Aha, was ist das? Technik der Verbander. Techniken. Ja, ich habe die Brille abgenommen. Mal gucken, wie lange das heute gut geht. Mir ist eigentlich gar nicht so gut gewesen heute. Ausruhen. Wo sollen die beiden schlafen? Hier auf dem Fußboden. Familienbett mäßig. Aber eine tolle Schule, ne? Mal gucken, wo ist denn hier die Tafel? Die suche ich gerade. Sollte mir mal ein paar Böngerchen hinstellen. Hier noch was? Ne, da kommen wir nicht ran. Tische. Da ist ein Zuber zum Waschen. Wo ist der Kack? Das Kacklo? Wir haben das Richtige getan. Charles war unser Freund. Ich liebe dich, Reda McGrath. Aber? Aber wenn es um Geister geht, lässt dich dein Herz überstürzt handeln. Das ist gefährlich. Wolltest du wirklich gerade Charles verbannen? Hm. Das war nicht Charles. Das war der Geist von Charles. Charles Davenport. Unser ältester Freund. Der Mann, der uns zusammengebracht hat. Unser Freund ist tot. Sein Geist war eine Gefahr für seine Frau. Geister bringen nichts als Light Red. Vergiss das niemals. Sie rauben den Lebenden ihre Essenz. Ja. Aber sie tun es nicht immer aus Bösartigkeit. Das musst selbst du zugeben. Hm. Wir Verbanner sorgen für einen Abschluss. Die Toten haben nichts mit den Lebenden zu tun. Wir sind Verbanner. Wir erlösen die Lebenden von den Geistern, die sie plagen, indem wir diese verbannen. Auch ein Geist kann Qualen leiden. Der Aufstieg ist ein milderes Ende. Eine Erlösung. Aber es ist das gefährlichere Vorgehen. Eine Verbannung ist sicherer. Würdest du mich auch verbannen, wenn ich zurückkehren würde? Du entkommst mir nicht so einfach. Dich würde ich von den Toten zurückholen. Das ist nicht witzig. Ich würde dich mit frischer Essenz vollstopfen. Ich würde dir so viel geben, dass du vom Leben aufgebläht zurückkehren würdest. Lebend in die Essenz rauben, um einen Geister mitzufüttern, würdest du nie. Du bist ein flegelhafter Strubbelkopf, Red McGraith. Und ich werde dich niemals gehen lassen. Nur über meine Leiche, mein Lieber. Und ich dachte, ich wäre der Weichherzige. Bist du auch. Denkst du, Charles hatte recht? Dass das Ding im Haupthaus ein... Wie hat er es noch gleich genannt? Albtraum war? Das hoffe ich wirklich nicht. Selbst unter Verbannern gelten solche Wesen als Legenden. Ich habe das doch mit Kontrolle gespielt. Jetzt wird geschlafen. Es war ein furchtbarer Tag. Ich muss die mal holen. Greicht das ab? Kontrolle. Ich habe einen Controller. Was ist das? Das ist das Gemeindehaus. Ein Albtraum. Wo ist sie hin? Antea. Sie hat ihren Feuerbahn mitgenommen? Aber ich bin der, der überstürzt handelt. Finde Antea. Stimmt, ja. Ich habe das ja mit Controller gespielt. Controller. Tod den Toten. Was ist denn das hier? Was sagt die Karte? Nein? Was sagt die Karte? Das Haupthaus. Das ist die Kirche. Es ist so schön morbide. Es wird wieder Zeit für ein Foto. Ah, warte mal. Das ging auch mit einer Taste. Oh, ich mag es. Äh, geht der Netz anzeigen verbergen? Das ist schon schräg. Das lassen wir so. Oh, Entschuldigung. Hat anzeigen verbergen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das Foto ging. Er. Ich mag das. Das sieht schon schön aus. Jemand da? Antea? Hallo? Antea, was hast du getan? Ich glaube, wir müssen da lang. Hier lang. Warum wärst du allein dort draufgegangen? Offen. Antea! Da ist ein Fass. Was haben wir denn da? Ihr Schemen habt nicht zufällig Antea gesehen, was? Stimmt ja, wir können ja hier so eine Kistenkapazität. gut machen. Bis jetzt ein Tag nicht gespielt. Ich hab schon wieder die Hälfte vergessen. Wie war denn blocken? So war blocken, ne? Gut. Ist eigentlich gar nicht so dumm gemacht, wenn man sich dran gewöhnt hat. Du bist zwar der Boss, aber du hättest mich ruhig einreihen können. Wir gehen noch runter, ne? Ich will nur gucken, ob hier Loot drin ist. Hatten wir ja schon. Boah, hier auf dem Friedhof scheint nichts zu sein. Das Fass ist nicht koscher hier. Ah, nichts passiert. Gut, dann gehen wir mal weiter. Und die Beleuchtung dazu an meinem Monitor. Genial, genial. Ich muss da mal... Was? Ich teste das hier nun schon eine Weile. Ich kann's nur empfehlen. Machen alles kaputt? Ja, ich hab einfach stehen lassen. Bis jetzt war es ja auch alles... ...ergebnislos. Alpha-Wanderer. Der war gar nicht so Alpha. Oh. Ah, hab ich den vorhin vergessen? War da welche? Da muss ja auch welche gewesen sein. Das ist jetzt egal. Das sind Dinge, auf die man achten muss, ne? Hier war der Alpha-Wanderer. Hier sind Sachen. Ich sah so aus. Nichts. Drei blinde Mäuse. Drei blinde Mäuse. Sie ist dahin gegangen. Schau, wie sie laufen. Schau, wie sie laufen. Schau, wie sie lau... Drei blinde Mäuse. Schau, wie sie laufen. Schau, wie sie... Sein Traum. Das ist exakt sein Traum. Oh, sieht das geil aus. Antea? Blind. Alle blind. Ach, Red. Verstehst du nicht? Wir hatten nie eine Chance. Antea? Bist du verletzt? Wo bist du? Da. Ich bin da, Liebling. Was ist passiert? Ich bin da, Liebling. Wie kitschig. Zeig dich! Gott erschien dem Mann im Traum und sprach zu ihm. Sieh da, du bist des Todes. Der Mann aber hatte nichts getan und sprach. Herr, wirst du denn auch die Gerechten töten? Was? Das ist der Albtraum. Wirst du die Gerechten töten? Sei unbesorgt. Ich bin hier, um dir zu helfen. Es gibt keine Hilfe. Es gibt nur Versorgnisse. Wo ist Antea? Was hast du mit dir angestellt? Teufel nochmal, Lady. Wenn du hier auch nur ein Haar gekrimmt hast. Du klammerst dich an die Liebe. Ein Narr bis ans Ende. Es gibt keine Liebe. Nur Schindung. Mit B kann ich ausweichen, glaube ich. Ich weiß das gar nicht mehr. Die ist nicht da, glaube ich. Ah, ich habe vergessen. Ah, ich scheiße. Ich habe jetzt getrunken. Ah, Mist. Das war doof. Ich habe mich verdrückt. Ah, wieder. Oh, Mensch. Ich verwechsel immer die Kasten. Ich werde das nicht schaffen können, weil ich... Was soll ich denn jetzt machen? Ach, jetzt? Ah, Mann, ey. Ich habe meine Tränke verbraucht. Ich konnte nichts machen. Nein, ich überspringe. Ich dachte, ich sollte irgendwas machen. Quicktime oder so. Ich bin so blöd. Ich verwechsel immer die beiden Tasten. Wenn du hier auch nur ein Haar gekrümmt hast, werden... Wirst du was? Gebt du Hilfe, komm? Es gibt keine Hilfe. Es gibt nur... Vergeltung. Lass ihn los. Wie rührend. Du verlangst noch deinem Mann. Du glaubst, du liebst ihn. Tust du aber nicht. In den Tiefen deines Herzens biebt es keine Liebe. Nur... Verrat. Ich biete dir einen Tausch an. Er bleibt und du gehst und wechselst er für dein Leben. Ich verhandle nicht mit Geistern. So ein kluger Kopf. Und doch denkst du mit deinem dümmlichen Herzen. Du bist schwach. Nein! 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 Wirst du jetzt zur Hilfe kommen? Jetzt, wo alles verloren ist? Wenn ja, werde ich dich erwarten. Okay, das ist blöd, was ich hier immer mache. Der eiskalte Ozean ließ seine Trauer zu einem Eiszapfen gefrieren, der sein Herz durchbohrte. Die Last seines Scheiterns zerrte ihn auf den Meeresgrund. Jenseits der Zeit, in der Dunkelheit ertrinkend, sprach er ihren Namen. Ich glaube, jetzt geht das Spiel erst richtig los. Nimm doch mich, schrie er lautlos und verzweifelt im kalten, stillen Wasser. Und auf der anderen Seite, er hörte etwas sein Flehen und streckte seine Finger nach ihm aus. Was ist das da? Sieke? Diejenige, die euch gerettet hat, sich tagelang um euch gekümmert hat, wochenlang vielleicht sogar. Wochenlang? Oh Gott. Was habe ich getan? Bevor ihr euch Vorwürfe macht, solltet ihr erst wieder zu Kräften kommen. Sie ist tot. Ja, deswegen seid ihr hier. Und das ist auch der Grund, warum ich gesendet wurde, um auf euch aufzupassen. Äh, von wem? Wer seid ihr? Es kommt mir vor, als wären wir uns schon mal begegnet, aber das kann nicht sein. Als würden wir uns schon ewig kennen. Aber wie? Ihr seid verwirrt. Es ist normal. Ein Nachtmarr hätte euch beinahe getötet. Ihr habt eure Liebste verloren. Und jetzt pflegt euch eine Hexe gesund. Hexe? Eine Hexe. Man nennt mich Sika. Finde den Verbanner, befahl meine Herren. Kümmere dich um ihn und beantworte seine Fragen. Dann lass ihn sein. Wie fühlt ihr euch? Spielt das eine Rolle? Natürlich spielt das eine Rolle. Es bedeutet, dass ihr lebt und dass ihr noch nicht aufgegeben habt. Was soll ich jetzt tun? Wie soll ich? Wie soll ich das allein schaffen? Ihr seid nicht allein. Habt Vertrauen. Ich würde euch mehr verraten, wenn Ciri Dean mehr gesagt hätte. Ihr müsst Vertrauen haben. Ihr kennt mich nicht. Doch soll ich Vertrauen haben? Leichter gesagt als getan. Dinge, die einem im Leben leicht fallen, sind unwichtig. Es zählen nur die schwierigen Dinge. Ihr habt eine gehende, grimassenschneidende Leere in eurer Seele. Dabei handelt es sich um Liebe, nichts anderes. Diese Leere wird sich nicht füllen, denn die Liebe stirbt nicht. Gott. Was hab ich getan? Es sieht doch so aus. Im Gegensatz zu den meisten bekommt ihr eine zweite Chance. Ich schlage vor, ihr ergreift sie. Warum helft ihr mir? Ich diene meiner Herrin. Sie befiehlt mir, euch zu helfen, also helfe ich euch. Ciri Dean sagt, dass die Mauer zwischen den Lebenden und den Toten bedroht wird. Daran habt ihr wohl euren Anteil. Das fällt auf mich zurück. Ich kann nicht folgen. Nun ja. Ich habe euch gefunden. Aber es ist euer Kummer, der euch verfolgt. Denn er will, dass ihr ihn spürt. Möglicherweise glaubt ihr, dass ihr mit den Geistern fertig seid, Wet McWraith. Aber sie sind ganz sicher nicht fertig mit euch. Ich gehe jetzt. Hut euch aus. Warum meine Herrin euch auch immer gerettet hat, sie hatte gute Gründe. Die besten. Wo geht ihr hin? Nach Hause zu Ciri Dean. Nein, sie braucht mich. Wo werde ich euch finden? Sollte ich eure Hilfe brauchen? Sumpflande. Großes Sumpfgebiet auf der anderen Seite des Waldes. Nicht zu übersehen. Wir werden wissen, wenn ihr kommt. Dann wohl. Bis zu unserem nächsten Treffen. Exakt, Frau Banner. Und jetzt? Dreht euch um. Was? Ich breche auf. Was heißt das, dass sie bricht? Was zu? Das Licht da ist interessant. Das würde ich dir gerne mal untersuchen. Aber ich darf noch nicht spielen. Wir trauern noch. Jetzt muss ich erst mal mein Handy beruhigen. Finde mir diese Technik. Bitte nicht stören. Tod den Toten. Aufgabe abgeschlossen. Was habe ich? Eins? Habe ich irgendwie einen Punkt? Inventar. Entwicklung. Ich kann das Menü noch nicht. Spukermittlung. Ach, das sind die, die wir gelöst haben. Erstmal gucken wir hier. Hier sind doch bestimmt noch Dinge. Das Ende der Erde. Nehmen. Nehmen. Untersuchen. Verbande. Wenn ihr dies liest, bedeutet das folgendes. Ihr seid intelligent genug, das Alphabet zu beherrschen. Ihr konntet nicht widerstehen, meine Habseligkeiten zu durchfühlen. Ihr könnt euch nehmen, was ihr für nützlich erachtet, da, meine Herren, euer Überleben wichtig ist. Wir werden uns schon bald wiedersehen. Bis dahin, gebt auf euch acht Sieger. Dies, ich mag sie. Aha. Das ist, da sind sie, da ist sie. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber ich halte mich besser fern. Das sind, äh, ist das, dieses Beschwörungsteil, wo sie drüber verschwunden ist oder so. Aha. Da blinkt noch was. Das was? Da ist nix drin. Ein Lötter. Was ist das hier? Kann man hier was machen? Nein. Dann gucken wir mal auf eine Mappe nach, wo wir... Dann gucken wir mal auf eine Mappe nach, wo wir... Oh. 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 Doch, nicht so klein. Wo bin ich? Ja, das frag ich mich auch gerade. Kann man da oben rauf? Nein. Kann man hier rüber? Ja. Da geht's weiter. Da geht's weiter. Und wohin? Das werden wir in der nächsten Folge sehen. Tschüss. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Vielen Dank.